Einen wunderschönen guten Nikolausmorgen zusammen. Wie es an Nikolaus so üblich ist, der sechste, zwölfte machen wir das Türchen Nummer sechs an unserem Adventskalender auf von Haris Sportjob und der Niko macht das Fensterchen auf und ein großes Fenster mit viel drin. Spiele Set von der Firma Schildkröt, ein Beach Giant Racket Tennis Set zum Beispiel. Dann haben wir ein Pettica nennt sich das, das ist so Hand Tennis zum spielen. Scoop Ball, auch ein cooles Teil, richtig dynamisch. Da muss man den Ball mit der Kelle fangen und auch weiter schmeißen wieder. Und dann haben wir noch ein Neopren Catch Ball Set, wo man quasi mit der Hand da reingeht und kann den Ball da mit dem Ding fangen. Mit Klettverschluss ist das und der Ball hält dann da richtig drauf. Gewonnen hat es die Alex Brugnerieder. Herzlichen Glückwunsch. Einfach vorbeikommen und das Set abholen. Und den Wert hat das Türchen Nummer sechs von ungefähr 80 Euro. Genau. Und wir wünschen euch einen schönen Nikolaustag. Schönen Nikolaustag zusammen. Bye, bye. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020